2 noch 2 3 für mich hat mein Geld eingezahlt ja ich hab noch von gestern alles drauf ich mag meine 34 Millionen heute noch schaffen ja mit Chittons einlösen hätte ich die schon so viel mir 250.000 444.000 Chittons ja ich weiß ich kann die 19 Stunden am Rad drehen so vielmehr so vielmehr so vielmehr so vielmehr so vielmehr xx 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 Ach, da kommt Tocke auf, bitte... Da, ding, 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 ding. Und alle, die Minuten. Na, morgen, nachher von den Genie, aber... Dann möchte ich auch noch mal den Nutz. Du hast mich umgefahren. Ja? Ja, ich kann doch nicht sehen, weil er die so breit wird. Ich bin froh, dass ich den anderen krassen Abbauaufsatz besitze. Ah, ich glaube, der hat mich eh ab und hier. Daniel? Ja. Ja, mich auch. Oh, doch einer hat mich deauboniert. Hab doch hin da vorne zu mir, jetzt hab ich hin da drüben. Ja, hier haben wir hin zu meinen, hallo, ich bin schon wieder aufgeregt. Scheiß auf die Leute. Ist wohl eigentlich heute streamen, aber ist wie morgen. Ich muss aus dem Parkplatz gehen raus. Ja, warte. Aber ich glaube, du kannst hinten einsteigen. Ich hatte gestern das letzte Mal einen Kuruma, ne? Ja. Ich muss mal anfangen. Irgendwie feiert sich nen Jogginganzug, ne? Zuletzt hatst du doch nen Torrach. Nee, meine Oppressor. Mh. 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 Ach, warte. Ich glaub mir kurz ein Auto. Ja, ja. Ich will immer in Getrohle runter. Ja. Komm gleich wieder. Ich bin mal gespannt, was zuerst ankommt, der Oblakokopf oder der Aufsatz. vielleicht kommt noch beides. Ich hoffe einfach, dass beides diese Woche kommt. Aber müsste eigentlich ja beides bezahlt. Direkt. Mh. 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 Ist doch das ein dummes Spiel. Ich muss kurz warten... Achja... Hättest doch ein bisschen faust fliegen können... Hm... Es ist eigentlich schrisch gehabt... Ah, jetzt kommen wir... Nächster halt's mal... Oh, ich bin im Alter... Oh, was macht der Tim denn hier drin? Hm... Wir sind da jetzt eh in einer Mission drin... Von daher ist Tim eh nicht mehr dabei... Hast du Einladung bekommen? Ja, jetzt... Boah, ich hasse das... Dass der immer einem nachjoinen muss, ne? Hm... Na, ich bin da eh darauf... So... So... Ich muss ein bisschen warten... Jo, mein Controller ist hier in der B... Äh... Die gibt es den Tunnel hier. Da sind wir. Da sind meine Opfer hier oben. Huch! Ich hab die Eifel voll oben gesagt. Ja, weil ich dich angeschubst hab. Ich hab dich gar nicht gesehen. Ach ja... Ach... Ah... Ich würde nicht sagen, aber diese Information ist priceless. Die Leute werden alles tun, um es zu halten. Geh sie raus und holen die Fahrzeuge. Ja... 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 Oh mein Gott, ich muss noch mal wieder ein anderes Auto nehmen. Ich denke, ich bin schon wieder ein anderes Auto. Boah, das ist ein zweiter. Ich stehle eine Kräfte. Ah die Dinger da muss man nehmen. Der Exit ist aus dem Tunnel. Gehe die Bikes weg! Ich bin nicht weitgeholt. Okay, you're out. I've set the pick-up location to your GPS. Looks like they're making a last-ditch effort to recover the data. Evade as best you can. We need those bikes back safe. What?! You're off-tap on your phone, eh? What?! You're off-tap on your phone, eh? What?! You're off-tap on your phone, eh? You're off-tap on your phone, eh? Ehm... Oh, no, 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 no. I'm going to be a buffalo. Oh, my... I'm not going to be a... I'm not gonna be near... I'm not gonna be near... Telefonklingel Was ist das? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's für heute. 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 Okay. Hey, man, what's up? What's up, man? Hey, buddy. Hey, what's going on, brother? What's up, man? 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 What's up, man?